Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute mit einer kleinen Preview zu einem sehr außergewöhnlichen Kartenspiel, wie ich finde. Es geht um AI-Pocalypse. AI-Pocalypse ist ein Auto-Bettler, ein Kickstarter, der jetzt startet von Oly Moly Games. Es geht für ein bis vier Spieler und ich habe hier einen Prototypen zugesendet bekommen. Ich hatte ja schon mal ein Gespiel darüber berichtet und ich möchte euch heute einmal im Detail erklären, worum es bei dem Spiel geht und wie mir das Spiel gefällt. Und ich würde sagen, bevor wir dazu kommen, wie mir das Spiel gefällt, gehen wir doch einmal ganz kurz auf den Tisch und ich versuche mal so ein bisschen Spielzüge zu erklären. Also so ein bisschen die Komponenten zu erklären, die einzelnen Karten. Einfach so, was ihr da so vielleicht so ungefähr machen könnt. Ich mache jetzt keine explizite Regelerklärung, weil die Regeln auch noch nicht ganz final sind. Aber ich glaube, damit solltet ihr dann schon gut hinkommen. So, grundsätzlich haben wir eigentlich nur drei verschiedene Kartenarten plus hier so Hilfskarten, die einem ein bisschen zeigen, wie die Phasen ablaufen und welche Symbole was bedeuten. Davon kriegt natürlich jeder Spieler eine. Die tue ich jetzt aber mal beiseite. Also haben wir grundsätzlich diese drei verschiedenen Kartenarten. Wir haben hier einmal so zwei Slot-Karten. Einmal rot und einmal weiß. Und hinter diesen Slot-Karten sind dann solche Units versteckt. So Standard-Units hier und so Special-Units. Und dann haben wir noch die Ammo-Karten. Und auf den Ammo-Karten ist auf der Rückseite noch die Fraktionen. Und ja, am Anfang des Spiels bekommt erstmal jeder zwei Fraktionen zur Auswahl und kann sich dann eine aussuchen. Und die legt er sich dann quasi hier hin. Machen das jetzt mal für diese beiden Spieler, für den hier und für den hier. Und ansonsten bleiben die Ammo-Karten auf der Rückseite. Also wir benutzen nur noch diese grüne Ammo-Seite im Grunde genommen während des Spiels. Und jetzt ist es so, dass wir am Anfang sechs Leben erstmal bekommen. Irgendwie dreht sich alles hier um sechs. Wir haben hier sechs Leben, die jeder kriegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die werden durch diese roten Slot-Karten angezeigt erstmal. Und jeder bekommt sechs Handkarten am Anfang des Spiels. Und das funktioniert auch so, dass jede Runde quasi man wieder auf sechs Karten aufzieht. Also hat man immer am Anfang der Runde sechs Handkarten zur Verfügung, mit denen man startet. Und nun ist es so, jetzt haben wir theoretisch hier solche sechs Slots liegen. Also wir können bis zu sechs Slots eröffnen. Auch wieder die Zahl sechs. Und das machen wir mit unseren Handkarten. Wir haben ja quasi immer solche Einheiten hier auf der Vorderseite. Das können unterschiedliche Arten von Einheiten sein. Wir haben hier solche Menschen. Menschen sind immer in blau gekennzeichnet. Die Zahlen sind immer von eins bis drei. Gucken wir gleich mal, was die bedeuten. Und ja, Menschen haben dann wahrscheinlich gute Synergien zu anderen Menschen. Und dann haben wir hier Mutanten. Mutanten können mit anderen Mutanten Synergien haben und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch Mechs. Das sind die roten Karten. Und dann gibt es noch so Spezialkarten wie hier solchen Alien, also ein Alien. Das hier ist ein Sechser-Alien. In der fertigen Version wird das immer ein Vierer-Alien sein. Die wurden ein bisschen genervt quasi noch während der Entwicklung. Und wir haben hier noch einen Rogue. Das ist auch noch ein Spezieller. Die gibt es relativ selten. Können dafür aber coole Synergien auch bilden. Und dann gibt es ja noch, es gibt noch solche, sowas hier, so ein Joker-Ding, der irgendwie alle Farben hat. Das ist auch irgendwie ganz cool. Genau, diese Arten von Karten gibt es in den Standard-Units. Und nun ist es so, wenn wir, ja, die Runde beginnen, beginnen wir immer mit einer Recruitment-Phase. Und in dieser Recruitment-Phase können wir unsere Karten, die wir hier auf der Hand haben, entweder als Slot in unsere Auslage spielen oder auf unsere Slots spielen. Und, ja, da macht es einfach Sinn, auch teilweise gleiche Units zu spielen. Und, ja, ich kann das jetzt mal demonstrieren. Also so ein Slot, das ist dann quasi hier diese Rückseite von diesen Karten. Das heißt, wenn ich hier so eine Karte hinspiele, habe ich einen Slot bei mir. Davon darf ich maximal sechs haben im Laufe des Spiels oder überhaupt maximal sechs. Und jetzt kann ich eine Einheit auf diesen Slot spielen, auch wieder eine Einheit von meiner Hand. Und ich könnte zum Beispiel diesen Mutanten hier spielen. Und diesen spiele ich immer erst mal so, dass hier die Stärke 1 angezeigt wird. Denn alle Einheiten, die ich quasi hier auf dieser, ja, auf diese Slot-Karte spiele, die müssen eine bestimmte Stärke haben. Und die Stärke ist nicht diese Zahl, die hier oben angezeigt wird auf der Karte, diese 1, sondern die Stärke wird hier unten angezeigt. Also auch wenn ich eine Dreierkarte spielen würde, müsste ich die erst mal auf eine Stärke spielen. Hier unten die Zahl. Und wenn ich im Laufe des Spiels quasi die Stärke dieser Einheit erhöhe, dann kann ich diese Karte hier einfach immer so ein bisschen nach oben schieben, um ja anzuzeigen, dass der jetzt mehr Stärke hat. So, ich könnte jetzt noch einen zweiten Slot spielen. Das mache ich mal und spiele ich hier noch diesen hier rein. Und ja, dann spiele ich noch einen dritten Slot. Spiele ich hier irgendwie den hier und den hier. Alle Karten haben natürlich auch irgendwelche coolen Effekte. Es gibt Ausspieleffekte. Auf die einzelnen Effekte würde ich jetzt nicht weiter eingehen. Es gibt noch Abwurfeffekte. Es gibt Effekte während des Kampfes, die eure Einheiten, die ihr in euren Slots habt, machen können. Es gibt permanente Effekte. Alle Effekte sind aber immer nur aktiv oder gelten, wenn eure Einheiten in den Slots sind. Für Karten, die wir gleich über die Slots spielen, gilt das quasi alles nicht. So funktioniert quasi die Recruitment Phase. Das kann man jede Runde quasi von neun machen. Man kann auch jederzeit Karten abwerfen, die man in seinen Slots hat. Es gibt auch Karten, die Abwurfeffekte haben. Ja, und so könnten wir jetzt zum Beispiel, macht er hier, das macht der Spieler hier auch. Der spielt jetzt hier auch seine Slots. Der hat hier auch so einen coolen Alien auf der Hand. Genau, hat er jetzt hier drei Einheiten. Er hat hier drei Humans. So könnte das Spiel am Anfang aussehen, nach der ersten Recruitment Phase. So, und jetzt kommen wir zur Battle Phase. Wenn alle Spieler quasi alles gemacht haben, was sie machen wollen, dann kommen wir in die Battle Phase. Und nun werden so viele Karten von diesem Stapel pro Spieler gezogen, und zwar verdeckt, wie maximal ein Spieler an Units ausliegen hat. Jetzt haben wir beide drei Units jeweils ausliegen, aber selbst wenn ich hier diese zum Beispiel nicht gespielt hätte, ich hätte die jetzt noch auf der Hand, er hat drei Units ausliegen, ich habe nur zwei ausliegen, dann würden wir jeder drei solche Karten ziehen. Und das ist der Battle Stack, und der bleibt verdeckt, den darf man sich nicht angucken. Und diese Battle Stack Karten, die kämpfen nun gegeneinander. Und dann ist es so, ja, jeder deckt quasi gleichzeitig die oberste Karte von seinem Battle Stack auf, und diese Karte muss dann einer von diesen Karten, die wir hier in unseren Slots haben, zugewiesen werden. Falls man keinen Slot mehr frei hat, dann kann diese Karte nur alleine kämpfen. Und nun ist es so, dass immer eine passende Farbe gesucht werden muss, und immer die Karte zur am weitesten passenden Farbe links gespielt werden muss. So, jetzt habe ich hier natürlich den Fall, dass dieser Human, ja, für den habe ich keine passende Farbe hier in meinen Slots, und er hat für seinen Mutanten auch keine passende Farbe. Aber sagen wir mal, das würde jetzt so aussehen, er hätte hier so eine passende, und ich hätte eine passende, da müsste ich meine Karte hier auf diesen linken Slot legen, auf dem weitesten am links befindlichen, und er seine Karte hier auf den am weitesten links befindlichen. Und nun kämpfen diese Gruppen von Einheiten hier gegeneinander. Ja, also man zählt jetzt im Grunde genommen seine Battle-Stärke, und ja, diese Einheit hat eine Stärke von 1, das habe ich ja hier angezeigt. Und diese Einheit hat auch eine Stärke von 1, und hier zählt nun die Zahl, die hier oben links auf der Karte steht. Also hätte ich eine Battle-Stärke von 2, und er hat hier eine Battle-Stärke von 4. Das heißt, er gewinnt das Battle, er bekommt den Battle-Point quasi. Das zeigt er an, indem er diese Karte hier umgedreht hinlegt, um 180 Grad gedreht, und ich drehe meine auf die Rückseite, um anzuzeigen, ja, dass es quasi verloren ist. Und diese beiden Slots, die sind jetzt auch exhausted, auf diese beiden Slots kann jetzt erstmal nichts weiteres gespielt werden. Diese Battle-Karten, oder diese, ja, die Battle-Strength kann man auch während des Battles auch noch erhöhen. Also es gibt die Möglichkeit, diese Ammo-Karten auszuspielen, da bekommt man dann eine, ja, temporäre Battle-Strength von 2, wenn man so eine Ammo-Karte ausspielt. So kann man sich quasi immer weiter hochbieten, nach und nach, bis dann irgendjemand sagt so, nee, reicht jetzt, ich kann nicht mehr spielen, oder ich will nicht mehr spielen. Und dann gewinnt derjenige, der die meiste Battle-Strength hat bei Gleichstand, gewinnt quasi beide. Und das machen wir jetzt quasi für alle drei Karten von dem Battle-Stack. Also er hier hat wieder eine Mutanten-Karte, er hat hier so eine Mecht-Karte, die zu keinem Slot passt. Dann darf er sich das quasi aussuchen, auf welchen Slot er sie legt, aber die muss dann alleine kämpfen. Dann wird er hier eine Stärke von 1, ich habe hier eine Stärke von 2, das heißt hier, ich würde gewinnen, er würde verlieren. Und dann die letzte Karte, die kämpft bei mir auf jeden Fall alleine, weil ich keinen Slot mehr habe, mit dem sie kämpfen kann. Und er hat hier auch einen, was hat er hier so einen, hier so einen coolen Rogue. Und Rogues sind ziemlich cool, weil die mit jeder Fraktion kämpfen können. Und das heißt, er hat eine Battle-Stärke von 3, ich habe eine Battle-Stärke von 1, ich habe verloren. Er hat gewonnen. So, jetzt sind alle Battle-Stack-Karten ausgefochten und jetzt wird geguckt, wer die meisten Punkte gemacht hat. Und die Differenz verlieren quasi die Nicht-Gewinner an Leben. Das heißt, er hat hier einen mehr als ich gewonnen, einen Punkt, ich würde ein Leben verlieren. Das heißt, eine rote Karte geht von meinem Lebens-Stack weg in meinen Pool. Und das ist hier dieser Pool mit roten Karten, den ich dann kreiere. Der hier, das sind quasi Karten, die ich später noch rekrutieren kann. Das ist ziemlich cool, komme ich gleich noch zu, wenn wir zu den Special-Units kommen. Ansonsten ist es auch so, dass ich hätte Karten von meiner Hand ausspielen können, um die Karten aus diesem Battle-Stack, die da aufgedeckt werden, zu ersetzen. Also ich könnte auch sagen, so, hm, okay, ich habe hier so eine coole Human-Karte mit 3. Anstatt diese hier, die hier gezogen wurde, möchte ich meine Human-Karte mit 3 spielen. Damit würde ich auch meine Battle-Stärke noch erhöhen. Das hat dann auch noch Auswirkungen auf den Kampf und so weiter und so fort. Also man kann schon auch während des Kampfes ein bisschen was beeinflussen. Das ist also nicht so richtig Auto-Battle, sondern eher so Semi-Auto-Battle. So, kommen wir jetzt nochmal zu ein paar kleinen Special-Sachen. Und zwar ist es ja so, dass wir hier auch diese roten Slots haben. Diese roten Slots sind einfach etwas coolere Slots, die wir im Laufe des Spiels durch bestimmte Karteneffekte bekommen. Immer wenn wir so einen roten Slot bekommen, dann können wir einen von unseren Slots hier ersetzen oder wir machen einen neuen Slot auf, falls wir noch nicht genug Slots hier aufhaben. Also wir dürfen ja maximal 6 haben. Und diese roten Battle-Karten, die bringen einfach noch ein paar coole Vorteile. Sobald ein Unit hier über so einen Bonus bekommt, bekommen wir irgendwie Ammo-Karten oder wir können Karten ziehen. Genau, das sind so die roten. Und auf der Rückseite dieser Karten sind diese Special-Units. So, die können wir rekrutieren, indem wir Karten abwerfen. Und zwar können wir entweder Karten von unserer Hand abwerfen oder Karten, die in unseren Slots sind. Und diese Karten müssen die gleiche Nummer und die gleiche Farbe haben. Das heißt, ich könnte jetzt hier, ich habe hier zum Beispiel, ja, sagen wir mal, es würde jetzt hier so liegen. Ich habe jetzt hier diese drei grünen Karten und ich suche mir jetzt nochmal eine 1, so eine grüne 1, damit ich euch zeigen kann, was ich meine hier. Ich habe noch so eine grüne 1 auf der Hand. Und jetzt habe ich ja schon ein Leben verloren. Das ist ganz cool, weil diese Unit, die jetzt in meinem Pool liegt, die könnte ich rekrutieren. Ich könnte aber auch Units, die in meinem Lebensstapel sind, rekrutieren. Wenn ich quasi keine im Pool habe, dann kann ich auch zwei von meinen Lebenskarten ziehen, mir eine aussuchen, die ich rekrutiere und die andere kommt wieder unter den Stapel. Ja, da verliert man dann quasi ein Leben. Das passiert dann nicht, wenn man eine aus dem Pool nimmt, also quasi ein Leben, was man schon verloren hat. Und jetzt könnte ich diese abwerfen und zwar könnte ich jetzt hier sagen, okay, ich habe hier eine 1er und eine 1er und eine 1er und diese beiden 1er haben eine Stärke von 1 und diese hat quasi noch gar keine Stärke, weil ich die auf der Hand habe. Jetzt kann ich diese, diese und diese abwerfen und jetzt habe ich zwei 1er Stärken abgeworfen und eine 0 Stärke, die werfe ich jetzt ab. Und dafür darf ich jetzt diese rekrutieren und die startet dann direkt mit einer Stärke von 2, weil die Stärken aller Karten addiert werden. Und da ich auch Handkarten abgeworfen habe, die keine Stärke haben, ziehen die nicht. Das heißt, eigentlich möchte ich immer vorher diese ganzen Karten in meine Slots spielen, damit die komplette Stärke addiert wird. Ja, und dann kann ich diese rote Unit hier hinspielen und diese Special Units, die sind einfach ein bisschen stärker, die haben auch hier oben keinen Wert. Das heißt, die kann man auch nicht in den Battle Stack irgendwie bekommen, sondern die kämpfen hier auf diesen Slots und ja, sind stark, haben coole Effekte und ja, helfen einem so ein bisschen, die ganzen Kämpfe zu gewinnen. Genau, und das ist eigentlich grundsätzlich das Game. Wir machen das so lange, bis einer keine Leben mehr hat und dann fängt noch so ein Sudden-Death-Modus an, bei dem man dann nochmal die, eine letzte Chance hat, wenn man keine Leben mehr hat, den Gegner auch noch irgendwie auf Null zu bringen. Das ist so ein bisschen quasi, wenn man ein Leben hat, dann ist das so ein bisschen das Optimum, weil wenn man dann das erste Leben verliert und aber total, keine Ahnung, sechs Punkte hinten lag oder so, dann verliert man trotzdem nur dieses eine Leben und geht in den Sudden-Death-Modus und hat dann noch eine Chance, den Gegner zu überrumpeln, so ein bisschen. Genau, that's the game. Kann man ganz gut zu zweit spielen, kann man zu dritt spielen, zu viert spielen, kann man auch, glaube ich, dann mit mehreren Decks, die es dann geben wird, also es gibt dann so Zusatzdecks, damit ihr das auf acht Spiele erweitern könnt. Und ja, tatsächlich, Downtime gibt es kaum, man spielt alles gleichzeitig, super fluffig gespielt, diese ganzen Effekte, die kennt man dann auch irgendwann relativ schnell, von den Symbolen her, wann man was ausführen muss. Es gibt noch so ein paar Spezialsachen, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, mit am Anfang der Runde muss man dies und jenes und so machen. Aber genau, grundsätzlich funktioniert das so, diese Special Units gibt es ja auch so ein paar, die dann irgendwie alleine kämpfen können, es gibt diese Aliens, die sind auch relativ stark und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, das passt soweit und ich glaube, jetzt habt ihr einen ganz guten Überblick. Ja, jetzt wisst ihr ungefähr, wie der Ablauf ist. Ich habe nicht alles im Detail erklärt, aber man sieht schon ganz gut, dass es ein sehr außergewöhnliches Spiel ist, wie ich finde. Zum einen finde ich einfach, das Artwork und dieses Setting ist einfach super. Es ist dieses Dystopische, es gab so einen Energiekrieg und jetzt müssen wir irgendwie mit den einzelnen Fraktionen gegeneinander kämpfen und ja, diese Mutanten und Mechs und Humans und so, die sind alle so cool gestaltet. Ich finde es, der hier auch, ich finde es sieht so geil aus, es ist einfach so eine geile Zeichnung, muss man sagen. Ja, gefällt mir extrem gut. Dann finde ich es natürlich mega, dass diese Karten so Multi-Use sind. Also wir haben Karten, die können wir quasi als Slots verwenden, wir können die Karten als Einheiten verwenden, die wir auf unsere Slots spielen. Wir können die Einheiten verwenden, indem wir die aus dem Battle-Stack ziehen und dann ist die Zahl hier oben relevant und nicht mehr alles das, was unten steht. Wir haben dann noch Special-Karten, wir haben diese Ammo-Karten, die zum einen Fraktionen sind und zum anderen diese Verstärkungen. Also da muss ich sagen, dass mit relativ wenig verschiedenen Kartenarten doch relativ viel gelungen. Also man hat relativ viel, was man mit den einzelnen Karten so machen kann. Es gibt außerdem, ja, tausende von irgendwelchen Effekten. Ich finde es cool, dass man diese Kämpfe auch noch so ein bisschen beeinflussen kann. Also ich muss sagen, für mich ist es tatsächlich kein richtiger Auto-Battler, sondern eher so ein Semi-Auto-Battler, weil man ja doch, wenn man dann so eine Karte aus dem Battle-Stack ziehen kann, die nicht automatisch kämpfen lässt, sondern ich kann dann entscheiden, möchte ich vielleicht lieber eine von meiner Hand spielen oder möchte ich vielleicht die Battle-Stärke oder die Kampfstärke noch erhöhen mit irgendwelchen Effekten, mit Ammo-Karten. Das sind alles so Entscheidungen, die man während des Kampfes noch treffen kann, die das Ganze sehr viel taktischer machen, als so ein ganz normaler Auto-Battler es sein würde, bei dem man ja quasi einfach mit dem auskommen muss, was man hat. Und dann kann man während des Kampfes kaum noch was beeinflussen. Das gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Eine Sache, die mir tatsächlich nicht so gut gefällt, das sind diese Slot-Karten, beziehungsweise man erkennt einfach nicht so richtig gut, welche Kampfstärke jetzt Sache ist. Also die fallen einfach nicht gut genug ins Auge. Ich scholper immer wieder darüber, dass ich mir meine Karten, meine rekrutierten Einheiten angucke und immer denke, ja, das ist doch die Stärke. Aber nein, es ist natürlich nicht die Stärke, sondern die Stärke wird angezeigt durch diesen Slot hier. Aber dieser Slot, das ist, ah, das geht so unter. Ich finde, das hätte man auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen knalliger oder was, was ich irgendwie anders machen können. Da, das stolpere ich regelmäßig drüber tatsächlich. Cool finde ich, dass wir das auf jeden Fall auch zu viert spielen können. Also man guckt dann immer bei den anderen. Jeder kann ja auch gleichzeitig seine Sachen spielen. Man hat eigentlich so gut wie keine Downtime. Man deckt dann immer gleichzeitig auf. Das ist auch ziemlich cool. Das funktioniert 1A. Man kann es zu zweit super spielen, zu dritt, zu viert. Allein, es gibt auch so eine Solo-Kampagne, glaube ich, noch. Ich weiß nicht genau, ob die dann im Add-on drin ist oder auch in einem normalen. Auf jeden Fall kann man es auch solo mit einem Automa spielen. Das funktioniert auch. Und ja, dann gibt es noch diese coolen Special-Units, die dann ja tatsächlich ja keine Zahl hier oben haben, bei der man dann nicht verwirrt sein kann, weil man die ja quasi nur in seine Slots spielen kann und nicht als Battle-Stack-Karte ziehen kann. Aber ja, die haben dann ziemlich coole Fähigkeiten. Da gibt es extrem viele unterschiedliche. Ich glaube nicht, dass ich schon eine doppelt hatte tatsächlich. Wenn ich mir so gerade das hier auch mal durchgucke. Alter, wie geil sehen die aus hier. Diese Queen of Elysium. Wie geil ist bitte diese Zeichnung gemacht. Also, ich muss sagen, vom Artwork finde ich schon mal mega, dieses Game. Ja, das ist eigentlich so das, was man zu Battle-to-Apocalypse sagen kann. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu diesen ganzen Special-Units. Also, es gibt ja diese Aliens, auf die bin ich jetzt nicht richtig eingegangen. Diese Aliens, die sind in der Anleitung bei mir noch irgendwie auf unterschiedlichen Werten gewesen. Die werden immer den Wert 4 haben, aber die können dann auch mit jeder Fraktion irgendwie kämpfen. Dann gibt es noch diese Mutanten, die Rogues gibt es noch. Die können dann mit jeder Fraktion kämpfen, sind aber irgendwie nicht so stark. Haben aber starke Synergien, gibt es aber nicht so häufig und so. Dann gibt es diese Joker-Karten noch, die man spielen kann. Dann gibt es noch diesen Sudden-Death-Modus. Das heißt, ja, wenn ich irgendwie auf 0 gehe mit meinem Leben, dann bin ich nicht sofort tot, sondern dann habe ich sozusagen noch so eine Last Chance in dem Sudden-Death-Modus. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Das heißt, ja, wenn ich irgendwie 4 oder sagen wir mal, ich habe noch ein Leben. Das ist eigentlich so das Optimum. Wenn ich noch ein Leben habe und dann erst quasi auf 0 gehe, dann habe ich quasi noch eine komplette Runde, um meinen Gegner auch noch irgendwie auf 0 zu bringen. Das funktioniert sehr gut und man muss einfach sagen, die Runden sind echt super flott gespielt. Also wir haben immer mehrere Partien hintereinander gespielt, direkt wenn wir es gespielt haben. Vor allen Dingen jetzt am Anfang, wo uns dann immer noch der Fehler mit diesen Nummern hier passiert ist. Aber ja, grandios. Also ich finde es richtig gut. Es hat zu Recht, bekommt es ziemlich viel Bass. Ich glaube, die Kampagne wird richtig abgehen und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ja, schaut einfach mal, ob es was für euch ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, so vom Ablauf her. Da weiß man ja dann schon relativ schnell das Setting. Okay, ist das was für mich? Sind diese Mechaniken was für mich? Habe ich Leute, mit denen ich das spielen kann? Das sind alles so Überlegungen, die ihr auf jeden Fall treffen solltet. Ja, und dann schaut auf jeden Fall in die Kampagne rein. Ich verlinke sie natürlich auch nochmal unter meiner Videobeschreibung hier auf meinem Kanal. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, hier auf meinem Kanal. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr hier. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, ein weiteres Video zu gucken. Ich hatte hier zwei Vorschläge für euch. Hier oben ein Video, tut tut tut, auch von meinem Kanal. Und hier unten noch ein Video. Ja, beide vielleicht ganz interessant für euch. Schaut einfach mal durch und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.